All der Handys ist regelrecht explodiert. Schauen Sie sich das an. Vor zehn Jahren knapp eine Million Handybenutzer und dann geht das rapide hoch. In nur zehn Jahren eine Versechzigfachung. Also nie zuvor in der Geschichte der Technik hat es eine so rasante Verbreitung eines Geräts gegeben. Und wir haben uns ziemlich schnell dran gewöhnt. Das wäre wahrscheinlich anders, wenn man zum Beispiel die Handystrahlung sehen könnte. Hier eine typische Situation, eine Abflughalle im Flughafen. Und da bimmelt es ja auch schon mal. Und so würde das dann aussehen, wenn zum Beispiel hinten eine Person telefoniert oder eine andere Person gerade dabei ist, eine SMS-Botschaft zu versenden. Na, bei einem dritten klingelt es auch. Ja, Schatz, wir sind noch nicht weg. Hinzu kommt die ganze Strahlung von außen, also im Klartext. Wir sind umgeben von Nebel elektromagnetischer Strahlung. Wir sind umgeben vom Elektrosmog.